Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema, was passiert beim Tradingbetrug, wenn ich eingezahlt habe und das ganze Spiel läuft. Über den Tradingbetrug berichten wir hier auf dem Kanal ja ziemlich oft, beziehungsweise fast ja nur. Es gibt momentan einfach nur dieses Thema als Hauptbetrugsfeld, denn diese CFD-Firmen und Tradingbetrüger, die sprießen tatsächlich wie Pilze aus dem Boden. Der Betrug läuft meistens immer nach dem gleichen Schema ab. Ihr werdet angerufen, nachdem ihr euch auf einer unseriösen Werbeplattform angemeldet habt. Und das nicht nur von einer Firma, sondern von möglichst vielen. Wie viel, das kann man natürlich gar nicht in Worte fassen und auch gar nicht in Zahlen ausrechnen, denn die Firmen, die gründen sich immer wieder neu, nachdem sie dann nach einem halben Jahr geschlossen haben. Kurzum gesagt, das Telefon wird nach eurer Anmeldung relativ zeitig klingeln. Und das auch nicht nur einmal, sondern mehrmals hintereinander weg, wenn nicht sogar über Wochen, Monate oder eigentlich für immer auf diese Leitung von der Nummer, die ihr angegeben habt. Das Ziel der Anrufer ist, euch das Geld aus der Tasche zu ziehen. In den meisten Fällen beginnt es mit 250 Euro Startkapital. Das kann natürlich mal mehr, mal weniger sein. Meistens möchten die Betrüger allerdings 250 Euro von euch haben. Sobald ihr das Geld bei den Betrügern auf dem Konto eingezahlt habt, seht ihr tatsächlich auch in eurem Login von dieser Betrüger-Webseite, dass das Geld drauf ist. Das Problem bei der Geschichte ist, es ist kein wirklich echtes Geld. Das Geld ist schon lange weg, was ihr angezahlt habt und wurde schon lange an die Seite geschafft. Mit dem, was ihr jetzt tradet oder traden lasst, das ist Demo-Spielgeld. Und das kann man natürlich jederzeit hoch und runter wachsen oder fallen lassen, wie man das gerne möchte. Und euch eine schöne Show vorspielen. Man wird euch hier in den allermeisten Fällen horrende Gewinne vorgaukeln, dass ihr zum Beispiel aus 250 Euro schon nach drei, vier Tagen das Zehnfache rausholt. Tja, es geht aber nicht darum, dass ihr Geld ja auszahlen sollt, sondern man wird euch ja erklären, jetzt ist ja genau der richtige Zeitpunkt, noch mehr Geld zu investieren, um noch höhere Gewinne zu machen. Und naja, man fordert euch auf, hier noch viel höhere Summen einzuzahlen. Hier wird erstmal ganz vorsichtig abgetastet, wie viel Geld ihr denn so auf dem Konto habt und was ihr so verdient. Was ihr so verdient, das habt ihr ja oftmals schon durch kleine Hinweise im ersten Gespräch bekannt gegeben. Und zwar ganz einfach mit der Frage, was ihr für einen Job habt, was ihr beruflich macht. Hier kann man natürlich schon mal ganz leicht abfühlen, wie viel Geld da so ungefähr zu holen ist bei euch. Da ihr nun in der Glaubensspirale seid, hier hohe Gewinne zu machen und das das Konto ja auch erstmal so anzeigt, ist man hier vielleicht auch ziemlich schnell geneigt, nochmal etwas nachzuschieben. Und naja, da die Firma sich ja mit einem Berater ganz freundlich bei euch meldet, kann es natürlich sein, dass man hier auch nochmal Geld einzahlt. Möchte man hier sein Geld auszahlen, dann gibt es hier natürlich auch verschiedene Varianten, wie ihr nicht an euer Geld kommt. In den meisten Fällen wird euch dann gesagt, dass irgendwelche Gebühren anfallen oder Schutzgeld, Sicherheitsgeld angelegt werden muss, um dann eine Auszahlung tätigen zu können. Also zum Beispiel, ihr sollt 10.000 Euro einzahlen, um eure 40.000 Euro auszahlen zu können. Man würde euch dann einfach die 50.000 Euro direkt überweisen. Dass das natürlich nicht passiert, ist vollkommen logisch. Viel machen könnt ihr dagegen nicht, wenn das Geld nicht kommt. Denn in den allermeisten Fällen sind die Firmen dann einfach spätestens nach drei bis sechs Monaten komplett offline und naja, es gibt keine Möglichkeit mehr, die Firmen zu erreichen. Per E-Mail, per Telefon oder über sonstige Wege erreicht man diese Firmen ja sowieso nicht. Die E-Mail-Adressen sind meistens über Outlook oder Proton-Mail irgendwelche anonymen Dienste, wo man dann letztendlich auch nichts zurückverfolgen kann. Maximal bekommt man eine E-Mail-Adresse von seinem Kundenberater, über den man den Kundenberater ja kontaktieren kann. Telefonisch sind solche Firmen in der Regel nicht zu erreichen. Und sind die Firmen erst einmal weg, sind die Chancen sowieso quasi fast null an sein Geld zu kommen. Und das Ekelhafte an der Geschichte ist, es wird nicht lange dauern, bis das Telefon dann trotzdem wieder klingelt und sich eine neue Firma von euch oder bei euch meldet. Meistens sind es dann angebliche Aufsichtsbehörden, die das Ganze angeblich mitbekommen haben und ihr mehrere Zehntausend, Hunderttausend oder noch mehr an Euros auf dem Konto liegen habt. Da möchte man euch natürlich bei der Auszahlung helfen. Und hier geht das Spielchen weiter. Um das Geld zu erhalten, muss man natürlich nur eine kleine Gebühr einzahlen. Und ihr wisst, was dann passiert. Es wird definitiv keine Auszahlung stattfinden. Das Schlimme ist, es gibt viele Menschen, die bis hierhin tatsächlich mehrfach Geld eingezahlt haben. Und die Statistiken lassen es hier immer wieder gruseln. Das Problem an der Geschichte ist einfach das Vertrauen. Die Deutschen und auch in ganz Europa, viele Menschen sind natürlich sehr glaubwürdig, wenn es um Finanzen geht und man sich um euch kümmert. Und hier kann das natürlich passieren, dass man das schon für sinnvoll hält, dass man irgendwelche Gebühren zahlen muss. Deutschland ist ein Gebührenland. Für alles, was man hier irgendwie macht, muss man irgendwie Gebühren zahlen. Und naja, da ist das erstmal nicht ganz so fern ab. Und wie gesagt, natürlich, wenn ihr dort Geld eingezahlt habt, dann wird auch dort nichts passieren. Und ihr haltet euer Geld nicht zurück. Nun gibt es noch weitere Maschen. Ihr werdet jetzt hellhörig und versucht, im Internet zu recherchieren. Und googelt nach der Firma, bei der ihr das Geld eingezahlt habt. Vielleicht die erste Firma. Also, wo der ganze Betrug anfängt. In einem Infovideo habe ich euch bereits schon erklärt, es gibt auch wieder Webseiten, die genau darauf abzielen und wieder auf euch warten. Und naja, so schlau wie man dann ist, meldet man sich bei diesen Firmen, weil die versprechen einem, für eine kleine Gebühr mal wieder, das Geld zurückzuholen. Das, naja, was da dann am Ende wieder passiert ist, denke ich mal wieder klar. Ihr zahlt da eure Gebühren ganz fleißig. Nur, was nicht passiert, ist, dass ihr euer Geld, was ihr die ganze Zeit irgendwo eingezahlt habt, ehmals wiedersehen werdet. Also, wie ihr bemerkt, die Masche mit dem Trading-Betrug ist sehr, sehr facettenreich und, ja, unglaublich umfangreich. Es gibt ganz, ganz viele Verzweigungen und immer mehr Maschen, die sich daraus herauskristallisieren, wie die Betrüger dann doch nochmal an Geld kommen, obwohl man als Opfer schon einmal auf diese Betrüger hereingefallen ist. Das ist das Dramatische. Da man als Opfer natürlich auch im Internet nach Hilfe sucht und wenn man dann wiederum auf Seiten kommt oder auf Seiten stößt, die anderen dann helfen wollen. Naja, was dann passiert, ist klar. Das, was ihr wirklich tun solltet, wenn ihr auf so eine Masche hereingefallen seid, definitiv die Behörden informieren. Natürlich ist auch hier nicht garantiert, dass ihr jemals euer Geld wiedersehen werdet, denn, naja, das Problem ist bei einer Anzeige für diesen ganzen Fall, wegen Betruges, das ist eine, ja, eine Straftatanzeige. Das heißt, ihr zeigt die Straftat an. Ihr zeigt damit aber nicht an, dass ihr euer Geld wiederhaben wollt. Das heißt, letztendlich sind die Behörden nicht dafür zuständig, euer Geld wieder zurückzuorganisieren. Und das ist tatsächlich auch eigentlich quasi gar nicht möglich, das Geld wiederzubekommen. Es gibt geringe Chancen über Anwälte und, ja, Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, quasi die Spur des Geldes zurückzuverfolgen. Aber auch hier ist es ziemlich schwierig. Und auch hier sollte man wieder ganz genau abwägen, wie viel Geld habe ich da eingezahlt und lohnt sich das, jetzt hier noch weiter Geld, ja, in der Versenkung zu versenken, selbst wenn ihr einen Anwalt gefunden habt, der, ja, seriös für euch arbeitet. Da gibt es diese Anwälte, die seriös für euch arbeiten. Allerdings kostet das alles wieder Geld. Naja, und wenn man sein ganzes Geld schon investiert hat, ist natürlich immer die Frage, wie viel Geld da überhaupt noch über ist. Grundsätzlich lohnt sich eine Rechtsschutzversicherung, dass zumindest die Versicherung einen Großteil bei Recherchen übernimmt, wenn ihr einen Anwalt einschalten müsst. Naja, und wie gesagt, die Spur des Geldes ist ziemlich schwer zurückzuverfolgen. Denn in den allermeisten Fällen zahlt man ja auf Kryptowallets ein. Und, äh, überweist nicht direkt. Natürlich kann man direkt überweisen. Aber auch hier sitzen wieder Mittelsmänner dazwischen, die eigentlich auch nur Opfer sind und das Geld weitergesendet haben. Auch wenn das wieder nicht besonders schlau war von den Mittelsmännern, denn wenn ich Geld bekomme und Geld weitersenden soll und zehn Prozent behalten darf, ist das schon nicht seriös. Aber auch das ist wieder eine Masche. Das heißt, die Leute, die ihr dann wieder, ja, erreicht, können auch nicht wirklich was dafür und haben unwissentlich mitgemacht. Und das Geld ist letztendlich in den allermeisten Fällen in irgendwelche Kryptowährungen investiert und eingezahlt worden. Ja, und da wird es dann nochmal in zwei, drei verschiedenen Kryptowährungen getauscht, bis die Spur dann komplett weg ist. Ja, das ist eben auch der Vorteil der Kryptowährung, dass man das Geld nicht zurückverfolgen kann und hiermit anonyme Zahlungen stattfinden können. Das ist an und für sich auch eine gute Sache und ich finde auch, so etwas sollte es geben. Also quasi Bargeld nur in digital. Anonyme Zahlung. Ne? Und das Problem ist aber hier, wenn man das Bargeld an zehn Leute weitergibt, irgendwann verliert sich die Spur und bei Krypto ist es genau das Gleiche. Nur, dass theoretisch die Spur schon nach der ersten Transaktion von Konto A auf Konto B schon nicht mehr nachvollziehbar ist. Ist das Geld dann dort ausgezahlt, kommt man auch da nicht wieder ran. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden auf diese gemeinen Maschen hereinfallen. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Doch es gibt allerdings die Opfer und nur so, wenn wir diese Informationen teilen, können wir eben auch immer mehr Menschen davor schützen. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.